Top 11 ohne Abgänge, VfB Stuttgart Edition. Wie immer in dieser Serie nur aktive Spieler, keine Leihspieler und wir versetzen die Spieler immer in ihre beste Zeit zurück. Im Tor beginnen wir mit Gregor Kobel von Dortmund, der ist ganz klar der beste Torhüter der letzten Jahre gewesen. In der Abwehr beginnen wir links mit Sosa, der aktuell noch in Stuttgart spielt, Mafropanos in der Mitte, auch er noch bei Stuttgart und Rüdiger von Real Madrid. Rechter Verteidiger ist der Rekordverkauf, Benji Papa. Im Vierer Mittelfeld beginnen wir links mit Kostic von Juventus Turin, in der Mitte haben wir Endo von Stuttgart und Mangala von Nottingham Forest. Rechter Mittelfeldspieler ist Timo Werner von RB Leipzig. Ist zwar eigentlich Stürmer, aber hat in Stuttgart sehr oft rechter Mittelfeldspieler gespielt. In der Doppelspitze haben wir dann Sasa Kalajic von den Wolves und Gerasi, der Stuttgart quasi alleine in der Liga gehalten hat. Das ist also die Top 11 vom VfB Stuttgart. Meinst du, damit wäre Europa drin?